Wenn jemand diese acht Dinge für dich tut, ist er die Person für dich. Halte kurz an und schau dich um. Es gibt so viele Dinge, die du für selbstverständlich hältst, so viele Dinge, denen du vielleicht keine besondere Bedeutung gibst, doch die wichtig sind. Du solltest dankbar sein und Menschen in deinem Leben schätzen, die ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern oder für dich da sind, wenn du sie am meisten brauchst. Sei glücklich, jemanden in deinem Leben zu haben, den du deine Person nennen kannst. Diese Person kann dein bester Freund, dein Familienmitglied oder dein Partner sein. Der Punkt ist, dass diese Person dich so verstehen wird, wie es niemand sonst tut. Eure Kommunikation und Verbindung sind eigentlich unfassbar, dass ihr es kaum glauben könnt, dass sie echt sind. Es wird keinen Punkt in eurem Leben geben, an dem ihr euch auf irgendeine Weise entfremden und getrennte Wege gehen werdet. Die Person für dich ist jemand, der für immer Teil deines Lebens sein wird. Er oder sie wird dich immer so lieben, wie du bist. Deine Person wird nie versuchen, dich zu ändern, denn dann wärst du nicht du selbst. Wenn du erkennst, dass du eine solche Person an deiner Seite hast, kannst du dir sicher sein, dass sie ein Leben lang dabei sein wird. Das ist etwas, das nichts und niemand jemals ändern kann. Die Person für dich wird immer die Person für dich sein. Und so kannst du herausfinden, ob du sie gefunden hast. 1. Sie zeigt dir bedingungslose Liebe Vielleicht ist diese Person nicht mehr da. Vielleicht musstest du sie für eine Weile weg, aber das ändert nichts. Selbst wenn ihr kilometerweit voneinander entfernt seid, spürt ihr immer noch die bedingungslose Liebe. Ihr wisst, dass keine Distanz der Welt die Liebe zerstören kann, die ihr füreinander empfindet. Ihre Liebe hat dich zu einem besseren Menschen gemacht und das ist dir bewusst und die Person für dich empfindet genauso. 2. Du kannst nichts vor ihr verstecken Du kannst für jeden um dich herum völlig normal aussehen, aber wenn dich etwas bedrückt, wird sie es bemerken. Die geringste Veränderung in deinem Gesichtsausdruck oder deinem Verhalten wird nicht unbemerkt bleiben. Du kannst versuchen, dich normal zu verhalten, aber diese Person wird dich durchschauen. Denn sie kennt dich so gut. 3. Sie glaubt an dich Diese Person steht immer hinter dir. Manchmal wird das Leben hart und man macht Fehler. Man gerät unter Druck oder man nimmt den einfacheren Weg. Wie auch immer, es geht nach hinten los. Und in den Momenten, in denen du dich ganz allein in der Welt fühlst, hast du deine Person, die dich tröstet und deine Hand hält. Sie weiß, dass du die Kraft hast, aus jeder Situation rauszukommen und jedes Problem zu lösen. Sie bringt dich dazu, weiterzumachen und nie aufzugeben. 4. Sie respektiert deine Privatsphäre Privatsphäre bedeutet nicht nur, dass man Geheimnisse vor jemandem hat. Es geht normalerweise darum, persönlichen Freiraum zu haben, um sich mit Dingen zu befassen, die einem belasten, sodass man, wenn man sein Problem erzielt, weiß, wie man es erzielt und was man sagt. 5. Die Person für dich weiß das und sie wird dich nie zwingen, ihr etwas zu sagen, wenn du nicht bereit bist. Wenn du über dein Problem nachgedacht hast und wenn du bereit bist, wirst du dich öffnen und deine Person wird da sein und geduldig zuhören, was du zu sagen hast. 5. Sie fordert dich heraus Sie ist diejenige, die dir sagt, dass du es schaffen kannst. Sie ist diejenige, die dich inspiriert, etwas Besseres aus deinem Leben zu machen. Wenn du auf ein Hindernis auf dem Weg stößt, ist sie da, um dir zu sagen, dass es einfach ist, es zu überwinden, du musst dich nur mehr anstrengen. Sie zeigt dir, wie du es machen sollst und sie begleitet dich. Du bist nie allein, wenn du deine Person an deiner Seite hast. 6. Wenn dir etwas passiert, ist sie die Erste, die es erfährt Die längste Zeit deines Lebens ist die Zeit zwischen einem Ereignis und dem Erzählen von diesem Ereignis. Egal wie peinlich es ist, du wirst es ihr erzählen. Dann werdet ihr zusammen weinen oder darüber lachen. Aber nichts fühlt sich real an, bis du es deine Person erzählt hast. 7. Sie ist immer auf deiner Seite Du musst nicht Recht haben, aber die Person für dich steht auf deiner Seite. Sie wird nicht einmal nach den Hintergründen der Situation fragen, sie wird dich sofort unterstützen. Und einen solchen Menschen an deiner Seite zu haben, ist ein wahrer Segen. Es ist so viel einfacher, sich mit allem auseinanderzusetzen, wenn man weiß, dass man jemanden hat, der einen unterstützt. Egal was passiert. 8. Sie wird es dir sagen, wenn du falsch liegst Die Tatsache, dass sie immer auf deiner Seite sein wird, bedeutet nicht, dass sie mit dir immer einer Meinung sein wird. Wenn die Zeit kommt, wird sie für dich da sein, weil du für etwas kämpfst, an das du glaubst. Aber wenn ihr alleine seid, wird sie dir die Wahrheit sagen. Wenn du dich ehrst, wird sie es dir sagen und vorschlagen, dass du alles wieder in Ordnung bringst. Sie liebt dich und sie will nur das Beste für dich. In dieser Beziehung gibt es keine Eifersucht. Es gibt kein Gerede hinter dem Rücken und keine Sabotage. Du weißt, dass du dieser Person vollkommen vertrauen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank!